Möchten Sie Ihr Büro neu einrichten? Hans Schachinger ist Ihr Fachhändler für Lagereinrichtung, Betriebseinrichtung und Büromöbel. Wir verfügen über langjährige Erfahrungen und übernehmen die Planung Ihrer Lager- und Büroeinrichtung sowie die Montage. Durch unsere Zusammenarbeit mit leistungsstarken Herstellern können wir Ihnen ein umfangreiches, ausgereiftes und qualitätsgeprüftes Einrichtungsprogramm mit ausgezeichnetem Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten. Mehr Informationen rufen Sie uns einfach an oder besuchen Sie unsere Webseite.